Moin, ich bin Michael Theisler und ich bin Dozent an der Fachhochschule Flensburg. Hier unterrichte ich Programmierung. Aber das ist nicht das Einzige, was ich tue. Ich suche zum Beispiel einen Ersatz hierfür. Zum Beispiel das hier. Wo bin ich denn jetzt? Aber auch ganz cool. Aber eigentlich wollte ich woanders hin. Ja, hier bin ich jetzt richtig. Hier suchen wir neue Wege, wie man mit Computersystemen interagieren kann. Und das hat uns auf eine besondere Idee gebracht, wie man nämlich mit einem 3D-Game-Controller Folgendes machen kann. In der Medizin kann so ein 3D-Game-Controller eingesetzt werden, um intuitiv und effizient durch dreidimensionale medizinische Bilddaten navigieren zu können. Unsere Entwicklung kann sowohl in der medizinischen Ausbildung als auch in der Diagnostik eingesetzt werden. Und, alles im Kasten? 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 Vielen Dank.